Moin Freunde! Zwei Wochen sind vergangen, seitdem wir oder wo wir angekündigt haben, dass wir eine Verlosung machen und eine Produktvorstellung hatten. Der Inkbird Smart Wireless Thermometer oder Smart Wireless Thermometer der IBT4XS. Mit vier Fühlern hatte ich ja schon vorgestellt. Wer es noch nicht gesehen hat, muss sich das Video dann anschauen. Hier hatte ich mal einen aufgemacht, um zu zeigen, was alles drin ist. Neu verpackt und original unbenutzt. Zwei Stück gehen heute raus. Die Gewinner werden wir jetzt ziehen. Ich habe hier schon alles vorbereitet. Hier haben wir das Video, wie ihr sehen könnt. Moment, Überschrift. ValentinTV musste kommentiert werden, also Hashtag ValentinTV Verlosung. So, jetzt werden wir uns das hier mal rauspicken, also den Link kopieren und dann werden wir den hier einfügen und laden mal die Kommentare. Wir haben 200 Kommentare. Das ist schon echt nicht schlecht. Und zwei Leute werden wir ziehen und hoffentlich habt ihr dann mit Hashtag ValentinTV kommentiert. Los geht's! Der erste Gewinner ist der Udo Jäger. Er hat mit Hashtag ValentinTV kommentiert. Das war das 187. Kommentar. Herzlichen Glückwunsch! Du hast ein Thermometer gewonnen. So, zufällig auswählen. Der nächste Gewinner. Der Enrico Heidemeier. Du bist der zweite Gewinner. Hashtag ValentinTV weiter so. Vielen Dank! Der 92. Kommentar. Du gewinnst jeweils auch ein Thermometer. Herzlichen Glückwunsch an euch beide. Wir werden das Video jetzt dann sofort online stellen. Und unter dem Video, in der Videobeschreibung, findet ihr meine E-Mail-Adresse. Schickt mir eure Adresse zu. Und ich werde euch jeweils einen Thermometer zukommen lassen, kostenlos. Ich wünsche euch viel Spaß dabei damit. Und ich sag mal, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank.